Hallo Besucher, herzlich willkommen zum zweiten Tag der Euroshop in Düsseldorf. Wir wünschen Ihnen einen informativen Besuch sowie einen angenehmen und erfolgreichen Messetag. Guten Morgen, dear Exhibitors und Visitors. Willkommen zu dem zweiten Tag der Euroshop in Düsseldorf. Wir wünschen Ihnen einen informativen Besuch. Es wäre ein sehr erfolgreicher und ein schöner Tag. Willkommen zu dem zweiten Tag der Euroshop in Düsseldorf. Wir wünschen Ihnen eine informativen Besuch. Es wäre ein sehr erfolgreicher Tag der Euroshop in Düsseldorf. Guten Morgen, dear Exhibitors und Visitors. Willkommen zu dem zweiten Tag der Euroshop.